Um Himmels Willen, hat der Marquise doch Sie? Ja, die Königin hat die Pässe doch unterschrieben. Dieser Herzogin soll der Teufel holen. Ja, wohl. Stellen Sie sich vor, sie hat ihn heute Nacht zu sich bestellt. Wen? Iben. Die Marquise doch Sie? Nein, Arthur. Denn ich spreche über die Zukunft Europa. Europa kann sich alleine helfen, aber was wird aus mir? Es gibt nämlich noch eine hohe Dame, die Arthur protegieren will. Woher wissen Sie das? Ich meine, woher wissen Sie das? Sie will Arthur ebenfalls zur gleichen Stunde bei sich haben. Ich soll das alles auch noch vermitteln. Um Arthur nun ein Zeichen zu geben, will sie sich während der Party über fliegende Hitze beklagen und ein Glas Wasser vergonnen. Ah, und dieses Glas Wasser soll heißen, ich erwarte Sie, Sie verabredet zum Rendezvous. Ja. Ich habe Arthur natürlich nichts davon gesagt. Natürlich nicht. Er kann Sie ja nicht zerreißen, der Arme. Beruhigen Sie sich. Ich werde beide Rendezvous verhindern. Aber wie? Oh. Mein Glückwunsch, Herzegin. Wofür, Milo? Der Marquis wird die Pässe erhalten, wie ich höre. Das ist eine respektable Leistung, die Anerkennung verdient. Sie sind charmant? Ich würde es trotzdem begrüßen, wenn der Marquis vor seiner Abreise Gelegenheit hätte, Ihrer Majestät vorgestellt zu werden. So, würden Sie das? Ich verlange eine solche Gefälligkeit natürlich nicht ohne Gegenleistung. Was könnten Sie für mich tun, Milo? Ich könnte Ihnen zum Beispiel eine Information geben. Ich fühle mich angenehm und nützlich, will ich? Nein, angenehm nicht. Nützlich vielleicht. Sie haben eine Rivalin. Wie meinen Sie das? Eine weitere hohe Dame hat es auf den kleinen Käpt'n abgesehen. Nein. Ich habe Verweise. Ich kenne Stunde, Ort und Zeichen des Rendezvous. Das kann nicht wahr sein. So wahr wie die Tatsache, dass Sie selbst in zur nämlichen Stunde erwarten. Oh Gott. Was man offensichtlich verhindern will. Leben Sie wohl mit in diesem... Sie kennen Stunde, Ort und Zeichen des Rendezvous. Wann, wo, wie? Sobald Sie eine Einladung an den Marquis, das auf Sie unterschrieben haben. Sobald Sie eine Einladung an den Marquis, das auf Sie unterschrieben haben. Auf dem schnellsten Weg an den Marquis de Torsi. Wer ist die Dame? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es bald wissen. Wenn Sie sich von der Party freimachen kann, wird Sie mehr schon ein Zeichen geben. Was für ein Zeichen? Sie wird Ihnen um ein Glas Wasser bitten. Um ein Glas Wasser? Um ein Glas Wasser. Vor den Augen der Königin? Sozusagen. Diese Dame wird an diese Party denken. Sie denkt bereits dran. Die Gelegenheit, bei der sich Leute sehen können, die sich nicht sehen können, die nennt man Party. Party, Party. Und die Verlegenheit, bei der sie sich gerne sehen müssen und dabei stehen müssen, gehört zur Party. Party, Party. Ein Centwitsch rechts und links an Glasen, wieder lächelt nach einem Spaten, kenn ich schon, kennen Sie den, der einem hilft, die Party durchzustehen. Und die Blödigkeit, mit der sie alle Scherzen machen und nicht mal selber lachen, gehört zur Party. Party, Party. Und die Schnödigkeit, mit der sie still ihr Gifter spritzen und selbst im Glas aussitzen, gehört zur Party. Party, Party. Ein bisschen Tratsch, ein bisschen Klatsch, man lächelt böse und maliziös, das Kind von dem ist nicht von ihm, sie ist mit irgendwem viel mehr im Team. Die Geselligkeit, bei der sich Leute Schmeidler nennen, weil sie sich Heuchler kennen, die nennt man Party. Party, Party. Und die Schnelligkeit, mit der sie, wenn sie sich erkennen, sich höflich grinsend trennen, gehört zur Party. Party, Party. Man steht herum, man lächelt dumm, man leidet stumm und denkt darum, hau nein, sie wieder mal zu sehen und man beschließt nie wieder hinzugehen. Doch die Notwendigkeit, dass sich die Leute sehen müssen und darum gehen zu müssen, die macht die Party. Party, Party. Und die Beständigkeit, mit der wir Dummes sagen können und uns ertragen können, die macht die Party, macht die Party. Ich weiß von gut unterrichteter Seite, dass alle Behandlungen mit Frankreich abgebrochen sind. Schrecklich. Sind Sie sicher? Absolut. Der Markier reist morgen ab, ohne die Königin überhaupt gesehen zu haben. Markie de Torschi, gesamter Frankreich. Der Markier reist morgen ab, ohne die Königin überhaupt nicht. Wem befehlen, Majestät, als Dame des Revies? Willen Sie, Herr Sturgin, Lady Abercrombie? Nein, lieber Lady Esmer. Und welcher Herr dazu? Captain Meschm. Und Ihr Partner, Majestin? Und den Markier de Torschi. Frankreich hat die besten Kämpfe. Ist die Legung eine Veränderung in der englischen Außenpolitik eingetreten? Scheidloh. Warum haben Sie nicht gewählt, Herzogin? Machen Sie mir die Freude, Herzogin. Ich würde es Ihnen machen. Ich würde es Ihnen machen. Sie sind sehr großzügig, Herzogin. Das ist mehr, als ich verlangt habe. Und mehr, als ich bewilligt habe. Hoffentlich versteht der Marquis seine Scharfe zu nützen. Er soll eine sehr überzeugende Persönlichkeit sein. Sie haben recht, Marquis. Es ist wirklich eine bedrückende Hitze, Insa. Ja, als ob ein Gewitter bevorstehende. Ungewöhnlich für das Land des Nebels, Madame. Schön und liebst du. Kappel, bitte ein Glas Wasser. Was? Was haben Sie denn, Herzogin? Das kann doch nicht wahr sein. Das Majestät sich so weit vergessen. Herzogin. Was habe ich vergessen? Die Etikette. Meine Dame darf der Königin einen solchen Dienst erweisen. Ach, das hat das auch drin. Also bitte, Herzogin, bringen Sie mir ein Glas Wasser. Ich? Das ist hart. Sie sind von einer peinlichen Ungeschicklichkeit. So haben Majestät noch nie mit mir gesprochen. Weil ich immer viel zu nachsichtig mit Ihnen bin. Das nach all den Diensten, die ich der Krone geleistet habe. Es langweilt mich, sie mir vorwerfen zu lassen. Ich will mich, Eure Majestät, nicht länger aufdringen. Ich biete meine Demission an. Ich nehme Sie an. Sie nehmen Sie an, Herzogin. Ich nehme Sie an. Monsieur Dunn? Geben Sie auf. Ich denke nicht daran. Majestät, ich halte es für notwendig, Ihnen mitzuteilen, dass der Mörder Richard Bollingworth entdeckt wurde. Nun, Sie enden sich Ihre Pflicht und verhaften Sie Captain Arthur Masham. Masham, ist das wahr? Es ist wahr, Majestät. Noch sind wir nicht am Ende. Mesdames, Messieurs, Ehe wir uns trennen nach altem Brau, bitte auch mir ein Appar zu vergönnen. Denn was andere können, das kann ich auch. Das Sprichwort sagt, wer mag, gewinnt, wer ohne Mut das Spiel beginnt, der fällt gewöhnlich dabei ein. Pech. Es steht zwar die Erfahrung fest, dass alles sich erreichen lässt, man muss dazu nur eines sein. Die Welt ist voller Schlechtigkeit. Wer fragt schon, was dahinter steckt, wer Glück hat, ist in Mode. Man sieht nur auf die Methode, man sieht nur auf den Nutzeffekt und nicht auf die Methode. Die Welt ist voller Schlechtigkeit. Die Welt ist voller Schlechtigkeit. Und auch war dein Benehmen fein. Ein reibliches Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Wie schön, wenn du moralisch bist, doch keiner will es wissen. Die Welt ist voller Schlechtigkeit. Wünslich aus den Glocken schlafen. Wie geht es, Arthur? Welche Stumpf-Pferlis haben Sie gesperrt? Er bewohnt das schönste Gastzimmer meines Hauses. Es fehlt ihm nicht. Außer Ewigkeit. Und niemand wird ihm etwas tun? Niemand, wenn wir die Partie gewinnen. Und sie steht gut. Die Herzen für diesen Ungnade. Die Majorität erschüttert. Die Opposition im Anmarsch. Und ich werde Minister. Sie waren nie weiter von Ihrem Ziel entfand als jetzt. Was soll das heißen? Als ich heute Morgen zur Königin lief, ich wollte um Gnade für Arthur bitten, fand ich eine Abordnung der Marlboro-Partei bei der Königin. Ihre Majestät war ängstlich und unentschlossen. Leider immer. Ich wurde getuschelt. Die Königin sah mich flehend an. Ich konnte natürlich nichts tun. Und? Die Abordnung ging als Siegerin. Ihre Majestät sind bereit, der Herzogin zu verzeihen. Ich muss sofort zur Königin. Zerbeicht Vaters sei ihr. Ah, was kann sie schon bebeichten haben. So. Warum kommt eigentlich der junge Vater nicht mehr zur Beicht? Erbatung seiner Versetzung. Ach. Lord Henry's and Joan, Viscount of Bolingbrook. Also dann bis morgen, Vater. Wenn's Ihnen nicht so langweilig ist. Majestät. Henry, bitte fassen Sie sich kurz, ich bin nervös. Majestät, wollen Sie sich wirklich mit der Herzogin versöhnen? Es bleibt mir dann anderes übrig. Sie sind doch selber immer für den Frieden. Außerdem hat man der armen Person Unrecht getan. Sie besonders. Ich spreche nicht von Viscount und den Rüstungskrediten. Das habe ich noch nicht nachgeprüft. Aber was den jungen Meschem angeht, da waren Sie im Irrtum. Im Irrtum? Ja. Die Herzogin kann gar nicht in Meschem verliebt sein. Sie hat etwas mit Lord Evendale. Und das glauben Sie zum Beweis? Ja, natürlich. Außerdem würde sie Meschem sonst gestern Abend verraten haben? Verraten und verhaften lassen? Und wenn das aus Eifersucht geschehen wäre? Aus Eifersucht? Die Herzogin, vermute ich, scheint herausgefunden zu haben, dass Meschem gestern Abend nach der Party ein Rendezvous mit einer anderen Dame hatte. Oh Gott. Man weiß noch nicht mit wem. Aber das könnte ich herausfinden, wenn Sie es wünschen. Nein, nein, das wäre unnütze Mühe. Das geht ja auch niemandem etwas an. Natürlich nicht. Nun hatte die Herzogin, das weiß man, zur gleichen Stunde ebenfalls ein Rendezvous mit Meschem. Sie hatte... Sie waren... Er wollte zu ihr? Ach, das weiß man nicht. Natürlich legt die Herzogin heute den allergrößten Wert auf einer Versöhnung. Sie sollte sie sonst aller Möglichkeiten beraubt, für ihren Liebling etwas tun können, der mein Gefangener ist. Die Herzogin, ihr Wagen ist vorgegangen. Sie hat die Kühnheit, hier zu erscheinen. Aber das war doch so verabredet, ich war doch selbst dabei. Sie will ihre Majestät um Vergebung bitten. Sie kommt vergebens. Persönliche Erkränkungen kann ich vielleicht verzeihen. Nicht aber Beleidigungen, die man der Krone zufügt. Sie hat die Herrscherin beleidigt. Tja, die Herrscherin. Die Churchill, Herzog von Marlborough, erwartet die Befehle ihrer Majestät. Abigail, sag ihr, warum ich sie nicht empfangen kann. Also gehen Sie doch. Tun Sie, was unsere erhabene Herrscherin Ihnen befiehlt. Sehr wohl, Milord. Sie verfügen über übernatürliche Kräfte. Brav, meine große Königin, sehr brav. Nicht wahr? Ah, man hält mich für schwach. Aber das ist ein Irrtum. Ein unbegreiflicher Irrtum. Ich war immer viel zu geduldig. Es konnte ja nicht so weitergehen. Das sagen wir auch, meine Freunde und ich. Die Opposition wartet nur auf Ihre Befehle. Meine Befehle? Jawohl, ich werde das alles mit Ihnen besprechen. Aber sagen Sie, das wird aus Meschel. Bis zur Entlassung der Armee, der Auflösung des Parlaments, der Neubinden des Kabinetts, bleibt dann mein Gefangener. Und das ist völlig ungefährlich. Wenn dann der Marschall abgerufen ist... Ich werde Ihnen vor ein Kriegsgericht stehen. Jawohl, das hat der Marschall verdient. Der Marschall? Ich meinte Meschel. Ach so, ja. Der natürlich auch. Er soll hart aber gerecht bestraft werden. Oh, Majestät, glauben Sie nicht. Hart bleiben, Lord Henry. Er hat Sie immerhin Ihres geliebten Väter. Ja, das hat er. Und die Herr vergehen wird müde im Feind. Im Gegenteil, sie wird sich freuen. Was? Sie hat sich doch völlig mit Meschel verkracht. Weiß ich ja gar nicht. Nie weiß ich etwas. Darum sag ich es Ihnen ja, Kindchen. Majestät, die Herrsensin hat herausgefunden, dass Meschel Sie gar nicht liebt, dass sie sie nie geliebt hat. Er liebt eine andere. Wer hat Ihnen das gesagt? Er selber. Mein hübscher Gefangener hat mir gesagt, dass es am Hof für eine wichtige Persönlichkeit gibt. Sie soll sehr reizvoll sein. Dir anbeten. Ja. Ja. Mehr habe ich nicht herausbekommen können. Das ändert natürlich alles. Ich meine, das ändert natürlich alles, nichts an seiner Schuld. Natürlich nicht. Und nun zu den wichtigen Dingen. Ich werde Ihnen heute Abend eine neue Kabinettsliste vorlegen. Gut. Die Befehle zur Auflösung des Parlaments. Gut. Dann schlage ich vor, unverzüglich die Verhandlungen mit dem Mitglied doch Sie aufzunehmen. Gut. Aber wäre es nicht klug, wenn man möglichst heute noch, ich meine, um herauszubekommen, was die Herr zu dem Plan, Menschen zu erhöhen würde? Ausgezeichnet. Das müsste natürlich heimlich geschehen. Aber wie? Ja. Ich könnte ihn vielleicht im Schutz der Dunkelheit hierher bringen und wir verhören ihn. Oder, Frau Majestät, sich allein der Mühe unterziehen. Ich bin im Augenblick sehr mit Arbeit überholt, begreiflicherweise. Sehr gern. Wenn ich Sie dadurch entlasten kann. Es will mir eine große Hilfe sein. Um 10 Uhr ist er hier. Heut jener. Heut jener. Hmmm 10 Uhr. Gleich wieder hier sein. Was hast du denn? Angst Willi, Willi, du hast Angst um mich? Lass mich nicht allein. Oh nein, bestimmt nicht. Ja? Laut Henry schickt mich Ihrer Majestät, diese Schriftsätze zu überreichen. Er wollte sie nur mir anvertrauen, sagte er, dass sie von äußerster Wichtigkeit seien. Ich sollte sie mit der Unterschrift Ihrer Majestät zurückbringen. Ja, ja, natürlich. Du bist so blass. Du musst es endlich aufwissen. Eine hohe Dame liebt dich. Eine höhere, die ganz hohe. Ich danke Ihnen, Majestät. In wenigen Minuten wird Lord Henry wissen, dass er Minister ist. Wie? Wie edel von Ihnen. Denn seine erste Amtshandlung wird Zeit dem Gegner seines geliebten Vetters, den Prozess zu machen. Ich fürchte nichts, Majestät. Lord Henry weiß um die Zusammenhänge. Sie freut mich, dass Ihnen keine Gefahr droht, Meschen. Majestät, Sie sind zu gütig. Stehen Sie doch bequem. Bitte doch. Mein Kind, ich brauche dich nicht mehr. Du kannst schlafen. Majestät, ich habe Angst. Ich werde vor der Tür warten, auf alle Fälle. 份 Man hat mir berichtet, Sie werden es wahrscheinlich ableuchten, denn Sie sind diskret. Sie hätten die Herzogin geliebt. Die Herzogin? Ich? Warum auch nicht? Sie hat Rang und Einfluss und ihr Aussehen ist so übel nicht. Beinchen oder Brüstchen? Nach Belieben. Was bedeuten Rang und Einfluss, wenn man liebt? Ich liebe eine andere. Eine andere? Sie ist anmutig, zauberhaft, schön. Ich kann nicht länger schweigen, Merdes. Ich bin stolz auf diese Liebe. Strafen Sie mich, wenn ich so vermessen bin, Sie zu bitten, auf Knien zu bitten. Oh Gott, Merschen, stehen Sie doch bequem, wenn jemand kommt. Der Herzogin ist hoch. Was ist denn, wenn man sich hier findet, in dieser Zeit? Nicht ins Schlafzimmer. Der Herzogin ist hoch. Wer wagt es zu so später Stunde, in meine Privaträume einzugehen? Majestät wird mir verzeihen, aber ich erfuhr soeben auf dem Hauptquartier, dass unsere Verbündeten in Frankreich vernichtend geschlagen wurden. Die Nachricht ist bereits ins Volk gedrungen. Es will eine Erklärung. Majestät, Sie müssen sich auf dem Balkon zeigen und eine Abordnung empfangen. Öffnen Sie, unsere erhabenen Majestät. Merschen! In den privaten Räumen der Königin nachts. Nade, Majestät, Nade, er kam zu mir. Sie wagen zu behaupten. Es ist die Wahrheit, Majestät. Wir lieben uns. Strafen Sie uns, wenn Liebe Strafe verdient. Lord, hilf! Ich habe eine Erklärung abzugeben. Wie kommt es mir, Lord, dass ein gefährlicher Gefangener, der Ihrer Aufsicht unterstellt, sich so frei bewegen kann? Majestät und Sie alle sollen den Grund sofort erfahren. Captain Arthur Merschen hat mich auf sein Wort als Offizier gebeten, vor seiner Verurteilung Abschied nehmen zu dürfen von Abigail Churchill, seiner Frau. Seiner Frau? Seiner Frau. Seiner Frau. Monsieur Damm, einen Augenblick. Ich bitte Sie. Was haben Sie getan? Geholfen! Soll ich die Ehre des jungen Mädchens preisgeben, das ich für die Krone geopfert habe? Ich danke Ihnen. Sie soll zu mir kommen. Abigail, es muss sein. Majestät, widersprich mir nicht. Bitte gib mir auch noch diesen Größten dabei zu deiner Zuneigung. Ach, wenn Sie wissen. Majestät weiß. Majestät weiß alles. Weigern Sie sich. Aber nicht so heftig. Und was Sie betrifft, Merschen, ich weiß, dass andere Gedanken, höhere Träume Ihr Herz bewegen. Aber Ihre Königin bittet Sie. Madame... Sie befiehlt es Ihnen, Merschen. Stehen Sie doch bequem. Adieu. Wundervoll. Die Abordnung wartet, Majestät. Die ernsten Ereignisse der letzten Tage und die Nachrichten, die wir soeben erhielten, beschleunigen die Maßnahmen, die wir seit langem erwegen. Wir sind zu einem ehrenvollen Frieden entschlossen. Das Parlament wird aufgelöst. Lord Henry, St. John, Wight, Count of Bolingbroke, mit der Bildung eines neuen Kabinetts, beauftragt. Hooray! Marschall von Marlboro wird mit sofortiger Wirkung und all seiner Ämter enthoben. Dem verdient seinen Lohn den Lohn, den Lohn und er geht in Pension Pension, Pension alles Geld für den Frieden alles Glück für euch beide und ich bin Minister Gott schütze den Thron alles Geld für die Frieden alles Glück für die beiden und er ist Minister Gott schütze ein Glas Wasser.